Öh, da läuft er, holen wir, holen wir. Pass mal nur, was ich jetzt mache. Ich trick's den aus. Brainplay. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuesten Guardians-Mission. 20 Kills mit Farmers. Berle ist auch dabei. Hallo! War das jetzt ein bisschen blöd für die Aufnahme? So, wir machen jetzt easy. Wie immer. Wie will der Try? Erster! Was müssen wir nochmal machen? Das war die Farmers-Mission, richtig? Genau, Farmers. Das ist diese kleine Pimmel-Map hier. Okay, wir machen jetzt Ultra-Spar-Knife-Runde, ne? Erstmal. Ja, Knife-Runde, natürlich. Bei Karambit geht der Beste rein ins Fleisch, verstehst du? Karambit Ultra-Violet. Oh, da sind sie schon. Okay, okay, warte. Ich gehe seitlich. Oh Gott, nein, nein, nein. Ich gehe seitlich. Drei Gegner. Ja, der trifft nicht. Geil. Okay, okay, okay. Eins, zwei. Wir können jetzt direkt Farmers wollen. Ich habe neun HP, jetzt kann man jetzt gleich tot werden. Okay, dann mache ich jetzt Pistol-Kills. Nice! Die Knife-Sache bringt's ja voll. Komm, lass aufs Dach gehen. Ich liebe dich, ich liebe die Gefahr. Du musst aufs Dach gehen, hey. Ich spiele jetzt 4 zu 3, aber die Headshots gehen so Ultra rein, da. Ich mache richtig schillig 16 zu 9, Alter. Merkst du, das ist 4 zu 3, sage ich nur. Du hast sechs Kills und ich habe nur vier. What the fuck? 4 zu 3. Schweinerei. Tutorial, wie man besser spielt. 4 zu 3, left-handed. Alle links unten. Echt? Unter dir, unter dir. What? Dude! Der Zimt, Attacker Zimt. Der Zimt. Du machst es easy, ich gucke dir jetzt zu. Ich habe den Zimt gelegt. Ich habe es gerade gesehen, es war so wie es mal 16 zu 9, hat es ausgesehen. Die Gegner waren zu klein, zu dünn. Versteck dich mal kurz um Schnell 4 zu 3. Oh mein Gott, ich habe kurz auf 4 zu 3 geschaltet. Oh. Scheiße, das hast du gesehen, Alter. Ich habe mir mal AWP. Äh, fahr mal. Oh, hey, hey, hey. Du, 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 du. Achtung, da ist es. Was hast du denn du für eine Weiße? Die ist schön, gell? Mecha, anders. Hey, gib mir! Oh mein Gott, 30 HP noch. What? Ne, ne, ne. Lass mich das mal machen. Ich habe 4 zu 3. Oh Gott, alle, wir hier. Ich dachte, der Kunstschmerz ist nicht so. Oh, scheiße, bro. 4 zu 3 Action. Komm schon. Der hat low HP und low HP. Nice, nice, nice. Okay, du. Du hast mich versteckt. Okay, du. Hallo. Ah! Komm schon, komm schon. Locker, locker. Nice. Einer noch, einer noch. Hey, Bots, ihr habt keine Chance, aber ich habe 4 zu 3 Wolle. Wah! Der ist bestimmt auch da oben nach drauf. Öh, da läuft der. Holen wir, holen wir. Pass mal auf, was ich jetzt mache. Ich trick's den aus. Brainplay. Brainplay. Kannst du mir die Farmer? Achso, halt, hier liegt der noch meine Hänge, oder? Brainplay. Hier liegt einer, glaube ich, hier. Was ist das so? Das ist übrigens mein Skin, die Valenz. Schnell. Hier. Oh, oh. Scheiße, ich bin dumm geworden. Fuck. Mach jetzt 4 zu 3, Mann. Ich kann damit nicht leben. Mach jetzt 4. Oh, right side. Oh, scheiße. Hans, bitte mal dein scheiß Format stellen. Ich kann, du musst alle legen. Oh Gott, das Spiel ist gleich vorbei. Vielleicht legst du... Ne, Quatsch, leg ruhig alle. Leg ruhig alle. Ich kann nicht... Ich hab das vergessen, dass die Lampe... Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, leg ruhig alle. Ich kann ungestätten hochladen. Nein, ich hab mir die Auge kurz versehen. Scheiße. Hab ich jetzt noch genug Geld? Nein, ich hab nicht genug Geld. Liegen die Waffen hier noch rum vielleicht? Ne, nach so nem Lust nicht. Na, so ner Blamage. Ne. Du hast die Waffen, ne? Ja, ich hab sie. Ich mach jetzt alles. Ja, dann musst du auch die Kills machen. Ich frage sie einmal an. Deine Mitte ist... Hat zwei Schüsse. Neben dir ist einer. Ist der. Nein, der ist genau. Oh, nice. Hier ist noch einer bei mir. Ich hab kurz angefrackt. Easy. Oh, einer fehlt noch. Ja, der eine fehlt noch. Der ist hier bei mir rechts. Oh. Der Bernie. Oh, ich bin runtergefallen. Das ist live und erneuert. Und dann bin ich aufgekommen. Hab nur noch 867. Oh mein Gott. Okay, ich hab's kühlt, der Granate. Das verwirft die. Machst du tot, ey. Machst du tot. Aber die Aufgabe ist unglaublich einfach. Ich hab Nate. Die verwirrt die. Ich möchte platzen einfach. Die kommen right side. Ha. Okay, doch nicht. What the fuck. Unter mir ist einer. Das bist ja gar nicht du. Nee, ich bin bei denen ums Spawning. Unter mir rät einer rum. Ich dachte, du bist hier bei mir. Hey, was geht? Hab Bilder am Start. Wir haben jetzt 5 Minuten erst. Aber nice. Ich wollte ja schnelle Videos haben. Es passt. Passt mir sehr gut in den Kram. Das wird ein sehr schnelles Video. Oh yeah. Es kommt einfach das Dinggeräusch. Eben hat jemand gefollowed auf Twitch. Ich hab das doch verbunden hier, das neue OBS. Weil dann direkt vor dir wart ihr, oder was? Und ja, eben komm, hör ich so, oh yeah. Ich hab krass eingedrückt bekommen. Hab smoke praktik. Oh, Leute, wie? Hat nur noch 3 AP. Gerade noch 2. Das Ding fällt hier runter, ne? Nice. Nice. Nur noch 1, dann hab ich's geschafft. Du kannst trotzdem ungeschnitten lassen. Du musst 0,75 Geschwindigkeit machen, wenn du die Folge 10 Minuten hast. Wegen Geld, verstehst du? Wegen Geld, Ehre, Mann. 10 Minuten, Erzbärmann. Shit, du. Locker. Wie immer, first try. Aui. Wie bescheuert. Ja, Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Guckt bei Wollen vorbei. Da gibt's die letzte und die nächste Folge. Wir sind die coolsten Boys der Welt. Sagt uns, wenn's euch gefallen hat und werdet die letzten Worte. Chokopudding mit saurer Dillgurke. Nackt.